Herzlich Willkommen zurück zu Dwenkurs 8, die Reise des Verwunschenden Königs. Ja, zuletzt waren wir ja an der Kirche beim Meer. Und jetzt wollte ich eigentlich Richtung Norden schippern, aber jetzt weiß ich gar nicht, wo mein Schiff ist. Da sind wieder... Ah, jetzt kommen wieder Mops. Mops, Mops. Äh, ja. Ja, hab ich... Ich nehmste das. Ich nehmste das. Na, vielleicht noch Energie-Schub und... Mega-Stärkung. Sollte eh nicht viel aushalten mehr. De-de-de-de-de, mach ich jetzt so, weiß ich nicht. Fortmitte so circa, sag mal da, 46 Minuten. 50 Minuten so um den Dreh. Sollte ich das noch so ein bisschen aufteilen und dann ist so wieder Pause, ja wie gesagt. Und dann so gucken. Sind noch nicht mal, glaube ich, noch nicht mal die Hälfte. Wir haben ja noch nicht mal Dolomegos gehabt, irgendwie. Hab ich jetzt hier gar nicht gepennt? De-de-de-de. Ne. Performance-Jank ist so wenig MP. P, äh. Äh. Großsand. Hat der irgendwie Nuller? Ja gut, ja. Das ist Null. Okay. Weil wir können ja noch drei weitere Monster wieder ins Team holen. Und das ja gar nicht mal schlecht ist. Ein Punkt. Ich glaube, wir sollten aber vorher mal ein bisschen schlafen gehen. Weil wir hätten nur gespeichert, dann sind wir ja ausgelockt. Und dann wollte ich hier weiter starten. Das heißt, ich gehe nochmal kurz hier rein. Mal so. Zack. Das ist jetzt dann nochmal nachgerichtet. Und, ähm, ja, ich wollte noch, äh, ne, nicht mit euch reden. Hopp. Kann ich nicht mit der reden hier. Jo. Ich wollte doch noch zur Medailleninsel. Was? 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 Ich glaube, wir sollten nicht so viel Wasser saufen. Okay. Aber das hatte ich doch mit schon uns mit gesprochen. Bewundert mich jetzt ein bisschen. Ähm. Ich mache mal Teleportation. Und zwar, äh, wo ist sie denn? Mini-Schloss. Ist das? Ich glaube, das ist sie, ne? Das müsste das sein. Da können wir nämlich ja. Mh, oder? Ja, genau. Das ist das. Dann geben wir nämlich ein paar Mini-Medaillen ab. D, 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 d. Da ist er. Guten Tag. Ah, papp, papp, papp. Da ist es gesagt, 28 Stück. Jetzt juckt mein Auer. Schicke Weste. Jetzt müssen wir mal gucken. Diese Netzstrümpfe kann man bestimmt für irgendwas benutzen. Jetzt müssen wir mal alles richten hier. Netz, 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 Netz. Ja, wofür Rüstung, ne? Würde ich glatt sagen. Schild auf jeden Fall nicht. Netzstrümpfe. 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 Schaue ich mal ganz schnell nach. Soll ich sie finden, werde ich mal genauer später nachgucken. Aber... Strümpfe. Strumpfband. Keine Ahnung. Ähm. Transfer. Gut, okay. Jetzt strümpfe diesen bestimmt irgendwas gut. Naja. Was hat der für einen Jägerbogen? Warte mal. Wenn wir Jägerbogen mit einem Strumpfband... Wo kriegen wir... Das sehe ich hier nämlich gerade. Dann können wir mal gucken, ob wir einen Strumpf... Zauberhut. Da fehlt jetzt noch die Giftnadel. Richtige Armschiene. Eisennagel. Ne. Hm. Vielleicht kommt da irgendwas. Warte mal. Wir haben noch dieses... Steinsalz. Das wird bestimmt für irgendwas benutzt. Hier Steinsalz, scharfer Käse, frostiger, konzentrierter Käse. Jetzt weiß ich noch nicht, was konzentrierter Käse macht. Schauen wir mal eben. Äh, wir haben... Frostige haben wir davon welche. Wir haben drei davon. Okay, das heißt, wir müssen ein paar... Äh, haben wir noch rotes Pulver? Ja, haben wir noch. Das heißt, ich würde das mal... Machen. Gucken, ob das eigentlich fertig ist hier. Nein. Ach, das ist doch gar nicht fertig. Das ist ja nur Käse. Hm. Oh ja. Eisennagel haben wir auch noch so... viele. Darf ich jetzt hier noch irgendwas genug finden? Ja, bis wir die auch ganzen Sachen haben, wir müssen ja auch noch ein bisschen rumgucken. Wir wollen ja nicht, ähm, gleich so alles durchwaschen. Ich will gut... ...da durchkommen. Äh, Neos. Ich würde sagen, wir starten von hier und... ... angeblicher unter diesen... Jetzt kommen gleich wieder Mobs. Ja, wo ist es? ... unter dem Steinbogen. Jetzt ist aber die Frage, ist es da oder nicht? So, wir machen mal Kreisfeger. Dann holen wir uns die Sense. Äh, dann machen wir... ... auf Flash... ... äh, Turbos drinne. Dann machen wir noch Mega-Steck und dann sollte es eigentlich alle down gehen. Ähm, Goldaxt sehe ich gerade. Und Goldklumpen. Eisennagse. Ab Äxtre machen wir hier nicht. So, jetzt greifen sie an, die Schweine. Hm, war jetzt eine blöde Idee. Vielleicht kriegen wir das alte down. Ah, okay. Da machen sie mir nicht so viel Schaden mit. Das heißt, ich mache auf jeden Fall Kreisfeger nochmal. Oh, die Sense. Wum, machen wir Mega-Stärkung. Sollte noch gut gehen. Äxtre mache ich ja nicht. Mache schwere Sensen. Sensen sind gut. Dann brauche ich diesen Hades-Helm noch. Oh, die Frage. Ob wir den irgendwo herkriegen. Oder auch nicht. Hm, ich möchte keinen Angriff haben mehr. Danke. Helme, 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 Helme. Schilderhelme. Ah, du Selm. Ah, da brauchen wir Teufelschwanz und... Mithrilhelm. Kann man auch bestimmt... Ja, ha, das Selm. Ja, heilige Asche. Ach, wenn auch. Gehen wir jetzt so rüber, spielen wir noch eine Runde, oder? Ach, komm, machen wir eben kurz Heilung für alle. Fertig. So, jetzt soll es unter diesem... Ja, also der nächste Steinbogen ist ja... Wäre dazwischen, wenn wir hier geradeaus durchfahren. Da wir jetzt... Okay, sie ist fertig. Oh, ein Erkosturz hier. Ah, vielleicht die Sichel. Beschleunigung. Mega-Stärkung. Aber ich will auf jeden Fall noch ein bisschen equippen hier. Und zur Not level ich noch offscreen. Wenn ich jetzt ein bisschen überhinde, dann tue ich wieder ein bisschen nebenbei das Leveln hier. Eventuell mal gucken, was man sich noch so drumherum befinden, sammeln, ansammeln kann. Das ist ja auch nicht mal schlecht zu erfahren. Preisfähiger... Machen wir ganz einfache Hits. Gehen wir hier noch drauf. Komm, hier machen wir das. Weil die sind ja... Weil die sind ja... Ich glaube, sie hat ja noch so einen einfachen Stab und... Angelo hat, glaube ich, auch noch diesen Jäger und der ist ja auch noch nicht ganz stark. Da will ich auch noch ein bisschen ausbauen. Weil ich würde ja... Stäbe... Ich weiß gar nicht, welchen habe ich denn... Bei ihnen den Zauber... Ach, bei ihr den Zauberstab. Zauberstab plus Runenstab. Ja. Felsbombensplitter wäre auch gut, wenn wir so einen halten. Dann mal Magma-Stab. Dass wir so ein bisschen hantieren können mit den Stäben. Aber jetzt mal gucken, wie wir weiterkommen. Erstmal... Unter dem Steinbogen gucken hier. Fühlt der Einzige, wo mir... Eigentlich einfällt, dass es hier... Es wäre. Baccarat, Baccarat, Kreisjäger, zack. Aber Energieschub. Dass man die sich nicht sortieren kann, die ganzen... Dinger, dass man so sagt, komm, erste Seite, nimm mal das oder so. Na, da flieht halt, zack. Einer süß. Schon mal die ersten 10 Minuten rum. Jeder war relativ fix. So, normal jetzt sollte er Ende sein, genau. Machen wir eine Stadt drüber? Wie kommen wir denn da hin? Okay, würde mich auch mal interessieren. So, das ist der einzige Steinbogen, den ich kenne. Seedrache. Da haben wir doch was, wir glaube ich wollen. Machen wir das. Machen wir das. Dann würde ich sagen, machen wir... Beschleunigung. Megastärkung. ... ...